Manchmal im Leben lohnt es sich für etwas zu kämpfen. Ein Film über dieses eine Gefühl. Diesen einzigartigen Moment. Dieses unbeschreibliche Glück. Eine Geschichte über die Liebe seines Lebens. Ach und Körperflüssigkeiten. Also ich habe einen kleinen Penis und ich bin nicht sehr gut im Bett. Was machst du immer weg? Entschuldigung. Wo ist das? Timma und ich sind in Chur und rocken seine Hotout. Vor allem gibt es Kastration für Kinderständer. Oh ja. Penis. Brust. Gross. Färmer. Penisartiger Geschmack. Du könntest mal ein bisschen hüpfen, vielleicht sieht es cooler aus. Du bist nicht so bequem. Ach was. Du bist auch nicht Lincelöl. Hahaha. Oh. Okay. Hahaha. Okay. Hahaha. Hahaha. I'm sorry. Hahaha.